Einen wunderbaren 5. November und eigentlich hatte ich gar nicht vor, heute schon wieder ein Video zu machen, aber es gab so einige Bilder, die ich euch sehr gerne weitergeben möchte. Heute Morgen, oder anders erklärt, oftmals werde ich morgens geweckt, dann ist es noch ganz ruhig und ich darf zuhören und dann bekomme ich neueste Informationen. Und heute, als ich so langsam wach wurde, standen ganz viele alte Menschen da, also nicht nur alte, Menschen, die schon von dieser Welt gegangen sind, aber noch einen Auftrag auf dieser Welt haben hatten. Und sie hatten alle Koffer und Taschen und Säcke dabei und ich fragte sie, was sie machen. Sie sagen, sie haben gesagt, sie gehen jetzt von dieser Welt. Sie haben aufgeräumt, es braucht sie nicht mehr und sie werden jetzt frei. Und ich habe so ausgeschaut, dass die Erdkugel und überall, egal wo, standen diese Menschen mit ihren Taschen, mit ihren Koffern und wie wenn sie von dieser Erde sich nun, von dieser Welt nun abziehen, hinübergehen, einfach über den, wie heißt es, über den Globus hinauswandern, in die feinstoffliche Welt. Und das ist auch der Hauptgrund, warum alle schnupfen und warum niesen und kränkeln, weil ein großes Aufräumen noch einmal wichtig ist. Und dieses bedeutet, bleibt gelassen. Bleibt gelassen mit dem, was geschieht. Versorgt euer Immunsystem. Schaut, dass ihr euch wohl fühlt. Schaut, dass ihr diese Angst endlich beiseite schiebt. Hört auf, euch zu bestreiten, ob ihr euch nun so entscheidet oder so entscheidet. Jeder darf seinen eigenen Weg gehen. Ich durfte heute, oder darf heute, ich habe schon begonnen, seit ganz langer Zeit wieder eines meiner tollsten Gespräche führen. Beginnt bei mir immer mit Hallo Gott. Und heute habe ich begonnen, dieses zu schreiben. Und ich weiß, dass ich ganz viele Informationen hier weitergeben kann. Wer also Lust hat, zu lesen, www.magiekaufmann.com. Hier dürfen wir Worte bekommen, Botschaften bekommen, die uns wirklich mehr klar machen, was für eine unglaubliche Zeit jetzt begonnen hat. Es heißt ganz klar, seid im Frieden. Viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Sie sagen nur, wenn es brodelt, dann nur, weil wieder eine neue Dimension noch einen Schritt mehr erwacht. Bleib im Vertrauen und Ende November lacht dein Herz. So das Versprechen. Mehr ist es heute nicht. Danke dir und ich wünsche dir einen wunderbaren, schönen Tag. Danke.